Wie soll ich mich hinstellen? Was soll ich mit meinen Händen machen? Und wie soll ich schauen? Solche Fragen von Models können einen Fotografen zur Verzweiflung bringen. Was hilft, ist systematisches Posing. BildnerTV zeigt euch, wie das geht. Hallo, ich bin die Caro. Hi, ich bin der Christian. Systematisches Posing, das klingt gut. Aber ist der Mensch dann vor der Kamera nicht eher wie so eine Schaufensterpuppe, die man sich hinbiegt, wie man sie braucht? Ja, es kommt drauf an, wen man fotografiert. Wenn man Models, professionelle oder Amateurmodels, also zumindest Menschen, die sich als Model vor der Kamera präsentieren, fotografiert, dann würde ich sagen, du bist jetzt die Schaufensterpuppe. Sorry, ich sage dir jetzt, wie du dich hinstellen sollst. Und dann ist Posing tatsächlich, also systematisches Posing, wie wir es jetzt hier beschreiben werden, tatsächlich so etwas wie, ich nehme eine Schaufensterpuppe und stelle mir die hin, wie ich sie brauche. Klar. Aber wenn ich jetzt in der Familie meine Kinder oder irgendwie die Verwandtschaft mal fotografiere, dann ist es natürlich doof. Dann darf man auf keinen Fall rüberbringen, hey, du bist jetzt hier für mich nur quasi Material, um ein tolles Posing hinzukriegen. Sondern da muss man dieses systematische Posing, das man mit einer Schaufensterpuppe machen würde, im Hinterkopf haben, um dann den Leuten zu helfen, zu sagen, wo tue ich jetzt meine Hände, meinen Kopf, meine Nase hin. Also liegt es am Fotografen und nicht am Model. Es liegt definitiv am Fotografen. Aber auch da muss ich wieder einschränkend sagen, jetzt aus der eigenen Erfahrung, ich fotografiere öfter mal Models, auch Nachwuchsmodels, die eben von sich behaupten, sie sind posing-sicher. Das liest man mal immer mal wieder in irgendwelchen Foto-Communities, Model-Kartei oder so. Wenn die dann schreiben, sie sind posing-sicher, da sollte man als Fotograf jetzt nicht unbedingt sich darauf verlassen, weil posing-sicher bedeutet für viele Einsteiger, Einsteigerinnen, dass sie sich halt irgendwie vor die Kamera stellen oder hinsetzen können und sie sagen, ja, ich kann dann ein Posing halten. Aber sie haben selber keine Ideen. Sie haben kein systematisches Posing drauf. Sie wissen nicht, wie sie eine Pose entwickeln. Und es geht tatsächlich ums Poseentwickeln, auch wenn es jetzt ein bisschen hochtrabend klingt. Aber wenn ich dieses System nicht im Hinterkopf habe, dann bringt es mir gar nichts zu sagen, hey, stell dich doch mal locker hin. Kein Mensch stellt sich irgendwie locker hin und sieht dann gleich toll aus. Gut, es gibt Leute, die können das. Aber man sollte schon ein bisschen Background haben und einen gewissen Weg, den man beschreitet, Schritt für Schritt. Wie kann ich mir systematische Posing jetzt vorstellen? Von Kopf bis Fuß? Genau, also grundsätzlich, ich persönlich gehe immer davon aus, dass ich einen Körper einteile in Bereiche. Kopf, Brust, Oberkörper, Po, Beine bis zu den Füßen runter. Also man muss wirklich, die Arme habe ich jetzt vergessen, die sind natürlich auch ganz wichtig. Vor allem sind es immer ganz schwierig. Was mache ich mit meinen Händen? Aber man muss tatsächlich den Körper als Gesamtes sehen und muss die Wirbelsäule quasi so als den Ankerpunkt sehen. Von der Wirbelsäule ausgehend habe ich oben die Schultern, die sich bewegen. Ich habe den Kopf, der sich bewegt, Hüfte, Po, der sich bewegt. Ich kann die Beine stellen. Also das sind so die Grundbereiche, die ich beim Posing, beim Posing entwickeln im Blick haben muss. Jetzt beginnen wir mal mit der klassischen Portrait-Fotografie. Was gibt es da zu beachten für den Fotografen oder auch für das Model? Also beim Portrait, da geht es ja, also gehen wir mal jetzt vom Kopf-Brust-Portrait aus, also Kopf, Schultern bis zur Brust. Dieser Bereich ist enorm ausdrucksstark. Man kann über diese Bereiche, diese Teilbereiche Stimmungen ausdrücken. Man kann Offensivität oder Passivität ausdrücken. Das funktioniert, indem ich die Kamera als Ankerpunkt nehme, jetzt als Model aus der Sicht des Models. Entweder ich stelle mich frontal hin, so wie ich es jetzt hier tue, ich stelle mich ganz frontal zur Kamera. Sehr offensiv. Sobald ich anfange, entweder Gesicht, Blick, also die Augen sind da auch ganz wichtig, Gesicht, Blick abzuwenden, wird die Pose defensiver, passiver. Das kann ich verstärken. Wenn ich mich komplett wegdrehe, ist eigentlich fast überhaupt nichts mehr da. Kein Kontakt mehr zum Betrachter meines Fotos. Ich kann aber auch zum Beispiel meine Schulter so ein bisschen zur Kamera drehen, den Kopf wegdrehen. Das ist immer gut für irgendwelche nachdenklichen Posen. Aber ich habe noch einen gewissen Kontakt, einen gewissen Bezug zum Betrachter des Fotos. Und je mehr ich zur Kamera mich hinwende, desto offensiver wird es. Also da kann man spielen, wenn man Gesicht und Augen als Einheit betrachtet, dann das Schlüsselbein als Einheit betrachtet und dann eben auch den gesamten Oberkörper als Einheit betrachtet. Wobei eine Sache noch, man sollte Gesicht und Augen nochmal getrennt voneinander betrachten. Weil ich kann mein Gesicht zur Kamera drehen, kann aber die Augen irgendwo anders hin bewegen. Und auch umgekehrt, ich kann das Gesicht wegdrehen von der Kamera und die Augen zur Kamera hin. All das verändert den Ausdruck. Und damit kann man spielen. Wenn ich jetzt jemanden vor der Kamera habe, gerade auch bei Kindern funktioniert das relativ gut. Wenn man Kinder vor der Kamera hat, dann kann man denen sagen, schau doch mal in die Kamera. Dreh dir den Kopf ein bisschen weg und jetzt in die Kamera blicken. Also so ein Blick von unten. Da kommen dann natürlich auch noch die Perspektiven der Kamera selber rein. Das hat jetzt nichts mit dem Model zu tun, aber wenn die Kamera weiter oben, weiter unten steht, das verändert dann auch wieder den Ausdruck eines Bildes. Also wenn man anfängt, Bereiche, einzelne Bereiche zu definieren und diese einzelnen Bereiche aufeinander abzustimmen, da fängt man dann an, systematisch zu denken. Okay, schon beim Porträt ist ja viel zu beachten. Ja, absolut. Ich habe mal von diesem Zungentrick gehört, dass man die Zunge an den Gaumen drückt. Was ist da dran? Hilft das? Es hilft tatsächlich, wenn man beim Porträtieren, wenn man die Zunge, jetzt nicht raus, sondern die Zunge an den Gaumen drückt, ohne dass man jetzt irgendwie einen Krampf im Hals kriegt. Aber wenn man die Zunge leicht an den Gaumen drückt, spannt sich hier unten der Bereich am Hals. Gegen die Falten oder was soll das dann gut sein? Es geht um Spannung. Falten, die werden dadurch nicht verschwinden, aber es entsteht eine gewisse Spannung. Spannung ist sowieso so ein wichtiger Begriff im Bereich Kopf-Brust-Porträt. Da gibt es noch einen Trick, wenn man den Halsbereich, den Halswirbelsäulenbereich getrennt betrachtet. Die Halswirbelsäule sollte immer gestreckt sein. Das heißt, wenn ich jetzt so dastehe, dann sieht das alles eher nach, naja, nicht wirklich spannend aus. Nach einem langen, harten Arbeitstag. Aber wenn ich mich jetzt hinstelle und den Hals spanne, die Halswirbelsäule spanne, man muss sich dazu vorstellen, ich habe hier hinten am Hinterkopf, also nicht hier vorne oder auch nicht in der Mitte, sondern hinten am Hinterkopf, zieht mich jemand mit einer Schnur, wie eine Marionette, dann streckt sich der Hals, auch die Wirbelsäule, die Brustwirbelsäule wird dann gestreckt und mein Kopf kommt leicht nach vorne. Das erzeugt schon mal eine ganz andere Körperhaltung, eine ganz andere Spannung. Oh Gott, sehe ich gut aus. Also wenn ich hier so rumhänge, dann ist es definitiv was anderes, wenn ich meinen Kopf, meinen Hals spanne und mir wirklich vorstelle, hier oben zieht ein Marionettenspieler an meinem Kopf, sieht gleich ganz anders aus. Das artet ja in Sport aus, ich kenne das vom Sportunterricht immer gerade stehen. Genau. Kann man das üben, Buch auf dem Kopf, solche Geschichten? Könnte ich mir vorstellen, habe ich noch nie ausprobiert, ja, aber es ist wahrscheinlich ein Trick als Model, sowieso als, bitte liebe Models, falls ihr hier zuschaut, übt es. Übt es vorm Spiegel, das ist gerade im Bereich Amateurmodels, da kommt dann jemand daher und sagt, ach, ich bin ein tolles Model, mag toll aussehen, toll geschminkt sein und alles, aber die Körperhaltung, wenn jemand zu mir ins Studio kommt und dann so reinschlurft, denke ich mir schon, oh, da müssen wir arbeiten. Wenn jemand reinkommt, als hätte er ein Buch auf dem Kopf, dann sieht es schon nach Spannung aus, dann sieht es nach Selbstbewusstsein aus. Sowas kann man üben und gerade als Model brauche ich Selbstbewusstsein, ich brauche Strahlkraft, ich muss Ausstrahlung haben und das kommt durch Körperhaltung, durch Körperspannung. Also nicht nur für die Fotografie wichtig, sondern auch für den Alltag. Absolut. Die Ausstrahlung, ja klar. Jetzt gehen wir weiter, jetzt haben wir das Porträt, was kommt als nächstes? Ich habe vorhin schon gesagt, die Wirbelsäule ist sehr wichtig, gerade bei Frauen ist die Wirbelsäule noch viel wichtiger als bei Männern, weil die können teilweise mit ihren Brustmuckis und so. Frauen müssen immer auf den Bereich, also den Hüftbereich achten, um, naja, attraktiv, das ist jetzt sexistisch, das soll es nicht sein, aber um irgendwo Spannung rüberzubringen, um Attraktivität rüberzubringen, um Körperhaltung zu zeigen. Der Po, die Hüften, die Wirbelsäule, wenn das alles eine S-Form bildet, also ein bisschen durchdrücken, Brust raus. Wie so ein Seepferdchen. Genau, ja, quasi wie ein Seepferdchen von der Seite. Das sind so Dinge, auf die weibliche Models vor allem achten sollten. Dazu kommt auch, stell dich doch mal hin. Ja? Genau, stell dich einfach mal hin. Schauen wir mal in die Kamera, dass wir dich da sehen. Genau. Du stehst jetzt quasi, oder stell dich mal mit dem Gewicht auf beide Beine direkt zur Kamera. Ganz frontal? Genau, ganz frontal. Ziemlich langweilig. Dreh dich mal um 45 Grad zu mir. Genau. Und jetzt Brust raus, Po ein bisschen rausstrecken und den Oberkörper zur Kamera drehen. Genau. Und schon fängt es an, Bewegung zu erzeugen. Also da kommen schon Wellenlinien ins Spiel, die eben für die Bildgestaltung waren. Wahnsinnig wichtig sind. Jetzt haben wir schon dieses Armproblem. Armproblem, genau. Was mache ich mit meinen Händen? Der wichtigste Tipp, die Hände sollten irgendwas tun. Es reicht, wenn eine Hand was tut. Nimm deine Kette in die Hand. Und schon sieht es irgendwie nach was aus. Nimm die andere Hand in die Hüfte. Hier so in die Hosentasche? Kann man machen. Was wichtig ist, auch ein ganz, ganz großer Tipp für die Hände. Wenn Hände irgendwo parallel stehen, irgendwo parallel am Kopf, an den Schultern, Langeweile. Wenn Hände unterschiedlich sind, auf unterschiedlicher Höhe, was anderes machen, also beide Hände irgendwo anders positioniert sind, kommt schon wieder Spannung rein. Also Hände sollten erstens beschäftigt sein, teilweise auch mit sich selber. Man kann in den Haaren spielen oder eben mit der Kleidung, mit einer Kette, mit einem Accessoire. Accessoires sind immer ganz wichtig. Aber vor allem sollten Hände unterschiedlich positioniert sein. Also wenn Hände auf einer Ebene stehen, wird ein Bild wirklich sehr schnell langweilig. Man soll sich also auch bewegen während des Posings? Ja, natürlich. Das ist sowieso so eine Sache. Wenn ich Models fotografiere, da ist es nichts, dass da mal 400 Fotos entstehen. Jede kleine Bewegung, jede Veränderung bewirkt irgendwas. Und die Bildauswahl hinterher, für die dann letztendlich drei, vier Fotos, die ist teilweise wichtiger als das Fotografieren selber. Wenn man mal das Licht und alles eingerichtet hat und dann fängt ein Model an, sich zu bewegen oder es müssen ja nicht nur Models sein, es geht ja auch um Familienbilder oder so. Also wenn man anfängt, sich zu bewegen, dann ist man hinterher bei der Bildauswahl tatsächlich oft irritiert oder erstaunt, wie Kleinigkeiten dann ein Bild verändern. Ja, man ist ja auch flexibler in der Auswahl der Bilder, wenn man so viele Posen hat. Und da wir digital fotografieren, ist ja nichts hin. Also was nichts ist, wird halt gelöscht. Jetzt gehen wir nochmal zu dem ganzen Körper. Was ist mit meinen Beinen? Genau, das wollte ich vorhin noch sagen zum Thema Hüfte und Wirbelsäule. Du hast das Gewicht jetzt auf beide Beine gelegt, was auch eine sehr statische Pose ergibt. Aber nicht so langweilig. Nicht so sexy. Also ein Bein sollte immer das tragende Bein sein. Also das Gewicht sollte auf einem Bein liegen und mit dem anderen Bein kann man irgendwas anstellen. Ob man es jetzt überkreuz stellt oder in die Höhe hebt oder was auch immer. Ja, das sieht jetzt ein bisschen seltsam aus. Aber also ein Bein ist quasi das Standbein, das andere ist das Spielbein. Okay. Und das hilft dann auch immer, die Posen ein wenig zu dynamisieren. Also jetzt haben wir das Bein, dann haben wir die Kette. Genau. Und dann noch die Marionette. Ja, das sieht sehr cool aus. Ja, genau. Und die Zunge nicht vergessen. Okay. Wunderschön. Und dann noch ein bisschen bewegen. Genau, bewegen. Und dann würde ein Fotoshooting natürlich dementsprechend so ablaufen. Kurz posieren, stehen bleiben bis es blitzt oder bis der Kameramann ausgelöst hat und dann die nächste Pose. Und das alles ein bisschen variieren. Das macht dann tatsächlich ein gutes Model aus. Okay. Aber wir können ja das Gott sei Dank alles nachlesen in deinem Buch People Shooting. People Shooting, genau. Da ist alles toll. Wie steht denn alles drin? Erzähl mal. Alles das, was wir jetzt gesagt haben und dann natürlich noch viel mehr zum Thema Licht, zum Thema Accessoires, zum Thema Kulisse, zum Thema Ausdruck, Psychologie in der Fotografie. Also da ist eine ganze Menge, was man lernen kann, um richtig klasse Porträts hinzubekommen. Unten in der Beschreibung findet ihr übrigens einen Link dazu. Und wir machen ja noch mehr Videos zu deinem Buch People Shooting. Dann abonniert uns, damit ihr ja nichts verpasst. Wir freuen uns über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Bis bald bei BILDNER TV. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.